Man reiht sich die Augen und fragt nach dem Sinn. In meiner Naivität habe ich bisher gedacht, es sei Aufgabe jedes Ministeriums dafür zu sorgen, dass Deutschland Heimat ist. Heimatministerium also, akustisch nah bei Heimatmuseum. Nun, Heimat kann man auch modern interpretieren. Jugendliche beschreiben Heimat gern als Ort, wo drei Balken sind. Für diejenigen, die das Internet bis vor kurzem noch als Neuland betrachtet haben, sind nicht die Balken vor dem Kopf gemeint, sondern die Balken für den Netzstatus bei mobilen Endgeräten.